Bei Make-up geht es nicht nur um Aussehen, bei Make-up geht es um Attitude. Deshalb werden wir Chemikerinnen oft um unsere Fingernägel beneidet. Ein einzigartiger Look, den man nur nach einer Woche im Labor erreicht. Ich bin stylisch, aber nicht zu schade mir die Hände schmutzig zu machen. Ich achte auf mein Aussehen, aber nur alle ein bis zwei Wochen. Ich bin weiblich, aber auch chemisch. Bei Attitude, das ist Personality. Doch 99 von 100 Frauen haben keinen Zugang zu einem chemischen Labor. Kein Problem! Heute zeige ich euch nämlich, wie ihr den Lab-Naze-Look auch ohne Labor hinkriegt. In nur drei einfachen Schritten für euch zu Hause zum Nachmachen. Schritt 1. Zuerst lackiere ich mir die Nägel in einer knalligen Farbe. Wann? Schritt 2. Sobald der Nagellack trocken ist, ziehe ich mir Nitrilhandschuhe an. Erhältlich in der Putzabteilung im Supermarkt. Dann tauche ich meine Finger in eine Schüssel Nagellackentferner, am besten auf Acetonbasis, und reibe und drücke die Handschuhe gegen meine Nägel. Schritt 3. Nach zwei bis drei Minuten Wartezeit ziehe ich die Handschuhe wieder aus und schon habe ich einen Nail-Style mit einer Dramatic Texture. Wenn der Lack wieder komplett trocken ist, nehme ich noch eine Nagepfeile und baue ein paar freche Kratzer ein. Fertig. Da ich außerdem ein Fan von Ringfinger-Akzenten bin, lasse ich den Handschuh am Ringfinger, bis er am Nagellack festgetrocknet ist und schneide dann einen kleinen Fetzen zurecht. Cute. Für einen more dramatic Look lasse ich einfach den ganzen Handschuh dran. Ein perfekter Party-Look, über den man schnell ins Gespräch kommt. Du hast da was an der Hand. Hm? Ist das ein Handschuh? Oh. Das habe ich gar nicht bemerkt. Es passiert ständig, wenn ich im Labor bin, um Krebs zu heilen. Okay. Attitude. Das ist also mein Lab-Naze-Look für euch zu Hause zum Nachmachen. Übrigens ein schöner Kontrast zu einem dezenten No-Make-Up-Make-Up. Wenn ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert, dann klickt einfach hier. Wenn ihr generell wissen wollt, was bei The Secret Life of Scientist noch so los ist, dann klickt hier. 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 Aha. Und ansonsten viel Spaß mit eurem neuen Look. You're welcome. Tschüss.